Unser Körper. Ein präzises Zusammenspiel von Muskeln, Gelenken, Sehnen, Knochen. Was, wenn er einmal nicht mehr funktioniert? Nach Verletzungen an Mittel- und Vorfuß? Nach Frakturen? Was können wir tun, um Menschen wieder schneller mobil zu machen? Bei dieser Aufgabe können wir helfen. Helfen, Heilung besser zu machen. Um Menschen nach Verletzungen noch komfortabler versorgen zu können, entwickeln wir mit Xelgo das Inlay unserer Orthesen weiter. Wir sind O-Pet. Xelgo. Das sind in Pads eingebettete Kügelchen, verbunden über eine viskose Flüssigkeit. Die Mischung passt sich von selbst an die Anatomie an, umschließt Schwellungen druckentlassend und fixiert ihre Form. Für eine individuelle Anpassung und optimale Stabilität. Das Ergebnis, die Handhabung unserer Orthesen ist durch die neue Technologie komfortabel und kinderleicht. Für eine Orthese, die perfekt sitzt. Für optimale Druckverteilung. Für höchsten Tragekomfort durch Atmungsaktivität. Eine Orthese mit Xelgo spart Zeit, gibt den Patienten die frühestmögliche Mobilität zurück. Und trägt damit zu einer erfolgreichen Therapie bei. Xelgo bringt den etablierten Heilungsstandard in der Nachbehandlung auf das nächste Level. Xelgo. Fits like never before. Von O-Pet. Mit uns geht's weiter. Von O-Pet. Mit uns geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Im Moment. Mei *** Untertitelung des ZDF, 2020